hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen info video bezüglich der speed duel midterm destruction box weil die ganzen secret rare sind ja jetzt bekannt ich wollte erst kein video dazu machen weil ich die jetzt ein bisschen unterwältigend fand ehrlich gesagt aber weil jetzt gerade auch so viele leute in den kommentaren fragen ob man nicht irgendwie an die box rankommt ob ich nicht irgendwas ja initiieren könnte um die zu importieren die ganzen sachen und da möchte ich dann auch noch mal am ende des video kurz was zu sagen aber erst mal möchte ich mit euch die secret rares anschauen der vollständigkeit halber damit wir dann nun komplett wissen was wir alles schönes verpassen oder auch nicht ein paar sachen sind schon bekannt ich gehe die aber trotzdem alle noch mal kurz mit euch durch also der kurz gucken ist das alles umgestellt ja also elementar held neos kommt als secret rare elementar held another neos kommt auch als secret rare aus der karten kavallerist ist dabei löwenzahn löwe haben wir glaube ich auch schon gesehen gehabt im vorfeld neo-weltraum aqua dolphin und neo-weltraum grand mole hatten wir auch schon vorher gewusst arcane macht ist jetzt kein bild dabei aber hierbei arcane macht ex der helle herrscher wissen was jetzt auch präzise dass es eine secret rare gibt göttlicher zorn ultimativer tyranno ich als kleiner dinosaurier fan freue mich zumindest über dieses secret rare ich fand auch damals schon diesen ultimativen tyranno ziemlich cool derweil diesen ein dino structure deck mit drin damals 2005 oder wann das rauskam ja über diese karte würden sich sehr viele freuen wie ich gemerkt habe sehr begehrt als secret rare auch noch mal da gab es auch schon ein paar anfragen fossile grabung kommt als secret rare noch mal raus ok gaia platte der erdriese muss auch kein bild komischerweise da und der fossile ja den namen lassen wir jetzt mal war ja auch letztes mal schon dabei in der liste topf der träger war auch schon dabei mystische raum typhoon als secret rare sakuretso okay ja es ist alles okay so für mich persönlich jetzt so vereinzelte karten wo ich sage die sind ganz cool jeder bewaffnete drache level 10 weiß als secret rare ja da bin ich dabei das war auch schon was man letztes mal wussten elementar held prisma die wunder fusion und ja leider kein mochi mochi weder der könig noch der treibende mochi mochi ist hier in irgendeiner anderen rarität drin was ich generell immer sehr schade findet dass man so diese wie soll man sagen diese zeit decks oder nee zeit decks ist der völlig falsche name bei jugio also diese diese decks die so am rande von solchen boxen erscheinen ja also die die skorpione zum beispiel das war ja auch so ein deck was nur so vereinzelt über mehrere boxen verteilt war auch das mochi mochi set gab es ja nicht vollständig in einem auch das abydos deck war ja so ein bisschen am rande der box zu erwähnen ja man musste sich zumindest noch ja zwei drei weitere boxen holen um dieses deck überhaupt spielbar zu machen und immer diese 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 rand themen finde ich eigentlich immer am interessantesten bisher und genau die bekommen überhaupt keinen ja höheren print oder so das ist alles immer common karten super schade ich möchte mich jetzt nicht schon wieder über die verpasste chance bezüglich geistes pharao in secret rare beschweren aber bei mochi mochi geht es ja weiter und auch bei den skorpionen wäre es ganz nett gewesen ich finde die alle interessanter also ich ja ich weiß viele freuen sich jetzt hier über die weltraum neo monster mit denen ich so gerade gar nichts anfangen kann ich weiß nicht also ich mit den mit den secret rares bin ich persönlich so gar nicht zufrieden ehrlich gesagt das wirklich nur vereinzelt so ein paar karten wo ich sage ja hier löwenzahn löwe ist vielleicht noch ganz nett aber dann ja der rest interessiert mich eigentlich weniger dass das ein göttlicher zorn sieht vielleicht noch ganz schick aus aber es gibt halt auch so viele andere wo ich gedacht hätte ach mensch das wäre doch noch mal viel schöner gewesen gut den säbelsaurier gab es schon mal als secret rare wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen wäre aber schöner gewesen als jetzt zum beispiel die fossile grabung oder so das ist mir da ein bisschen zu lasch weiß ich nicht also das gefühlt hat konami immer so einen so einen ja zufalls generator laufen der dann halt per zufall aus dieser ganzen kartenliste ein paar secret rares bestimmt und so wirkt es halt manchmal so das weiß ich nicht dass auch den mystischen raumtaifun hätte ich nicht als secret rare gebraucht also da bin ich eher so mäßig begeistert von was das angeht einfach einfach zum gag eine von diesen spaßkarten als secret rare warum nicht ja bricht doch niemanden sacken aus der krone finde ich ein bisschen schade gut dann wisst ihr jetzt erstmal auch bescheid über die jetzt letzten noch offenen fragen bzw die secret rares die jetzt halt dann dort auch drin gewesen wären in dem set was wir nicht bekommen und damit kommen wir auch zum zweiten thema noch ganz schnell die ganzen leute die jetzt schon gefragt haben ob man nicht vielleicht irgendwie was zusammen importieren könnte oder ab man weiß wo man importieren kann also ich habe heute deswegen sich auch ein bisschen fertig aus bin ich schon ein bisschen viel unterwegs gewesen und rum telefoniert und gemacht direkt auch händler angerufen wo ich weiß dass sie ein bisschen tiefer in der materie jugio drin stecken und so weiter auch welche die turniere veranstalten und so hatte ich kontaktiert wo ich wusste dass die ein bisschen mehr connections vielleicht auch haben was so import und so angeht und also es ist ein bisschen schwierig weil soweit ich das verstanden habe dürfen die das auch teilweise noch gar nicht verkaufen weil die wirklich die märkte so bisschen aufgeteilt getrennt halten also habe ich das jetzt verstanden von dem einen dass konami halt wirklich so die amerikanischen produkte in amerika halt so hauptsächlich halten möchte und europa die europäischen produkte und die ocg sachen halt dann halt in japan halt halten möchte dass das nicht zu sehr sich da vermischt irgendwie und nicht zu schnell rüber schwappt irgendwie also aktuell macht es niemand das importieren ich hatte jetzt mit zwei händlern noch gequatscht die meinten also der eine meinte es lohnt sich gar nicht für ihn also dass das würde sich nicht rechnen man wenn man jetzt garantiert die ganzen sachen die man bestellt also nehmen wir mal an er würde jetzt hundert von den boxen bestellen und es gäbe garantiert hundert abnehmer könnte er sich das vorstellen aber diese garantie ist halt schwierig zu bekommen also man müsste das vielleicht ja auf nachfrage aber man müsste dann halt auch im vorfeld die leute dann auch schon zur kasse beten und ich weiß nicht ob da auch so viel zusammenkommt also an dieser stelle es würde sehr helfen jeder der das video jetzt sieht und so eine box nehmen würde kann das bitte gern mal in die kommentare schreiben wenn das wenn da wirklich eine zweistellige zahl zusammenkommt wo wirklich jetzt also auch die menge gerne mal hinschreiben was ihr denn theoretisch oder definitiv nehmen würdet ja dass das wäre schon mal eine interessante übersicht ich meine mein kanal hat jetzt nicht diese riesen reichweite und eigentlich wäre das auch mal eine aufgabe von den großen oder es wäre netterweise mal eine schöne sache von den großen youtube wenn die sich in der richtung mal für einsetzen würden und sagen würden hey hört mal zu mit meiner riesen reichweite sagt mir mal bitte wie viele leute würden sich denn überhaupt für diese box interessieren und mindestens eine nehmen ja solche leute könnten das sehr gut machen diese reichweite habe ich aber nicht von daher kann man immer nur so ein bisschen so ein bruchteil vielleicht davon ableiten also ihr könnt gerne mal reinschreiben wer von euch gerne so eine box haben möchte und sobald ich in irgendeiner weise eine möglichkeit gefunden habe das für alle preislich zugänglich zu machen würde ich euch das bei zeiten dann auch mitteilen aber ihr müsst damit rechnen dass diese box dann euch nicht 20 euro kostet sondern also der eine händler meinte meistens bei den amerikanischen sachen kann man schon fast mit dem doppelten preis rechnen also mindestens 30 euro bis bis 40 euro werden dann wohl fällig werden für die box wenn ihr die jetzt in den nächsten wochen haben möchtet und sofern das überhaupt geht also ich kann hier überhaupt nichts versprechen ich gebe jetzt wirklich nur die sachen weiter die ich heute erfahren habe bezüglich der ganzen sache und es ist grundsätzlich gerade sehr schwierig also ich denke mal wenn das dann draußen ist und in den nächsten wochen werden die dann auch bei ebay auftauchen ich empfehle von daher jedem erst einmal zu warten und zu gucken ob man dann bei ebay als einzelbesteller vielleicht sogar günstiger kommt also wenn also ich habe jetzt das eine andere schon mal importiert das war jetzt naja doch aus amerika da kommen schon zollgebühren und so das ist schon nicht ohne was da teilweise zusammenkommt also da muss jeder ein bisschen abwägen ich würde sagen wir warten erst mal den morgigen tag ab da kommt es ja raus und dann schauen wir mal so nach ostern was denn für angebote kommen ob der eine andere händler vielleicht doch plötzlich schon welche importiert hat und die jetzt erst verkauft ja da gibt es ja auch so ein paar richtlinien wann man was verkaufen darf habe ich am anfang schon erklärt also das kann ich euch aktuell sagen so von den händlern die ich jetzt so kontaktiert habe ist es erst mal so dass die nichts jetzt so wirklich ranholen wollen möchten können und dass da auch in nächster zeit nichts kommen wird und das ist eine sehr teure geschichte dann auch also es wird wird euch eine ganze menge mehr kosten die box und von daher würde ich jetzt erst mal abwarten was so bei ebay auftaucht ob man da vielleicht die box für einen einigermaßen vernünftigen preis als ich bestellen kann inklusive der zoll gebühren muss man mal schauen aber versprechen kann ich da auch nichts also ich werde auch in der richtung sonst auch nichts jetzt irgendwie initiieren oder so wenn sich was ergeben sollte würde ich euch das natürlich weiterleiten wenn jetzt irgendein händler sich noch mal bei mir meldet und sagt hier ich habe jetzt noch mal 100 stück tatsächlich ran geholt du hast danach gefragt dann würde ich euch das mitteilen aber ich glaube es eher nicht dass das passieren wird ja wenn dann erfahrt ihr es ansonsten könnt ihr trotzdem meine kommentare schreiben wenn ihr eine nehmen wird würde mich mal interessieren wie viele von euch die das video hier sehen tatsächlich so eine box auch nehmen würden das könnte man vielleicht auch noch mal an konami weiterleiten eventuell gibt es dann vielleicht so eine produktions ja wie nennt man das so auf auf nachfrage nach bestellung oder so dass man dass man sich eine ordern kann unwahrscheinlich ja aber die hoffung stirbt zuletzt das ist so das was ich euch aktuell dazu sagen und anbieten kann ich würde jetzt einfach mal abwarten ich würde jetzt mal abwarten so die nächste woche was so so da passiert in den nächsten ein zwei wochen ab dann ich vielleicht doch das eine an der angebot auftaucht wo man sagt hier dass das passt eigentlich und gut wenn ihr natürlich kumpels habt oder so da könnt ihr natürlich euch untereinander das auch ausmachen dass einer von euch bei dem ein oder anderen händler dann bei ebay oder so dass eine sammelbestellung macht oder so da kommt ihr glaube ich am besten als wenn das jetzt irgendwie über was größeres läuft genau das wäre so das aktuelle dazu weitere speed dual sachen werden heute abend 20 uhr in dem schicken joo talk besprochen zusammen mit hobby leger da könnt ihr euch schon drauf freuen und ja bis dahin macht's gut und ciao